Ja, immer wenn du diese Musik hörst, wie jetzt kommt? Bist du dabei? Du bist voll Kaffee-Dee? Du schnappst dir das Ding bevor, siehst dir richtig da. Dein Kerl, wenn sie sich gekocht hat, und singst dir richtig fein, obwohl ich kann sehen. Wenn die Musik angeht, weißt du nicht, was du getan hast. Hallo Jörg, alles klar? Ja. Hörst du keine Musik? Ja. Was denn? Schlager. Schlager! Oh, ich hab da was mitgekommen. Ja. Kennst du das? Warum schickst du mich in die Hölle? Alles klar, lässt du bleiben. In die Bühne, in der Bühne. Was denn? 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 Hey, du hast hier genossen, weißt du warum? Du hast hier gesungen? Was? Würdest du das machen? Was? Was wolle ich beim Hebel in die Hölle nehmen? Ja? Alles klar. Würdest du das nicht machen, oder? Ja. Versprochen. Du hast hier genossen, oder? Ja? Als siehst du nicht in die Hölle? Ja, ich bin ganz klar. Alles klar. Lässt du meine Nähe in die Hölle? Ja, ich bin ganz klar. Das ist mein so. Wie schiesst du die Hölle mit dem Hölle? Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Das Mikrofon nehme ich gerne mit. Alles ok, oder? Ja, ok. Nimm einfach mal wieder Platz auf deinem Stuhl. Sag ihm etwas. Wenn du auf deinem Stuhl sitzt, bist du da gegrüßt. Zeig dir mal, wie das funktioniert. Okay. Setz dich einfach mal hin. Es geht ganz einfach. Du bist jetzt ein Junge. Das bedeutet, nimm deine rechte Hand. Sag dir an die Nasenspitze. Und wenn die Hand dran ist, schläfst du davon ein.